Wie du Tai-Chi nutzen kannst, um Ruhe und Entspannung auch an den Weihnachtstagen zu erhalten, das erfährst du in diesem Video. Hallo, ich bin der David und bei mir kannst du ganz einfach Tai-Chi lernen. Auch im Advent. Ja, in den wenigen Tagen beginnt die Adventszeit und wir merken bereits seit einigen Wochen starke Veränderungen in der Natur. Die Tage werden kürzer und kälter. In dieser Jahreszeit geht der Blick stärker nach innen und wir achten mehr auf uns und vielleicht noch etwas mehr auf unsere Entspannung und Ruhe als im Sommer. Gerade Weihnachten ist eine Zeit, die durch zu wenig Bewegung und dann im Gegenzug zu viel Essen, zu viel Trubel, zu viel Hektik, zu viel Verpflichtungen und vielleicht auch zu viel Geschenke geprägt ist. Gerade die Feiertage sind doch ganz anders als unser sonstiger Alltag. Und, du weißt es sicher, im Kreise der Familie kann es zu besonderen Herausforderungen an diesen Tagen kommen. Wie kann Tai-Chi dir hier helfen? Stell dir zunächst die Frage, was erwarte ich? Wie soll die Weihnachtszeit für mich sein? So wie wir uns im Tai-Chi sehr bewusst bewegen, kannst du auch die Weihnachtsfeiertage selbst sehr bewusst gestalten. Sorge gut für dich und genieße auf jeden Fall diese Zeit. Nutze verschiedene Möglichkeiten, mal Pause zu machen und aus diesem Weihnachtstrott auszubrechen. Gerade bei Familienfeiern kann zum Beispiel das informelle Training, die eine kleine Auszeit ohne großen Aufwand ermöglichen. Am Beispiel Supermarkt erkläre ich in diesem Video das informelle Training. Schau es dir gerne mal an. Eine weitere gute Möglichkeit ist ein kurzer Scan durch den Körper, zum Beispiel mit einer kleinen Meditation der stehenden Säule. Dazu habe ich dir in der Videobeschreibung eine Meditationsanleitung verlinkt. Du kannst die Pause auch aktiver gestalten und zum Beispiel verschiedene Gesundheitsübungen in deinen Alltag einbauen, um wieder mehr in Bewegung zu kommen und Körper und Geist aktiv zu erfrischen. Die ausführlichste Form wäre ein kurzes Tai-Chi-Training. Nutze dazu zum Beispiel meine Tai-Chi-Lives hier auf meinem Kanal. Die gehen immer so um die 30 Minuten und 30 Minuten können schon wahre Wunder bewirken. Die Achtsamkeit, die diese Übungen mit sich bringen, helfen dir den Blick nach innen zu stärken und auf deinen Körper zu hören. Und es geht um den Kontextwechsel von Ruhe in Bewegung, von außen nach innen, von der Weihnachtshektik zu dir. Die Zeit zwischen den Jahren kann für dich aber auch ein Auftakt für etwas Neues sein. So wie wir im Tai-Chi nach einer kurzen Ruhephase spontan in die Form starten, so kannst du auch mit frischer Energie in das neue Jahr starten. Wie kann dir das gelingen? Die gute Nachricht ist, das musst du gar nicht alleine tun. Seit einigen Jahren biete ich zum Beispiel einen achtsamen Jahreswechsel an, bei dem du mit mir und vielen anderen Teilnehmern für dich einen gesunden Übergang schaffen kannst. Infos dazu auch in der Videobeschreibung unten. Und vielleicht ist deine Energie für neue Dinge so groß geworden, dass du mit Tai-Chi richtig starten und endlich mit professioneller Hilfe in die Umsetzung kommen willst. Ein Tai-Chi-Online-Kurs ist ein wunderbares Geschenk, das du dir, vielleicht auch dein Leben, machen kannst. Egal wie du die Weihnachtszeit für dich gestaltest, ich wünsche dir viel Freude in diesen Tagen und frohe Weihnachten!